Hallo ihr Hübschen! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute meinen Lesestapel für den September. Ich finde, ich habe eine richtig tolle Mischung zusammengestellt. Es ist ein bisschen thrillerig, ein bisschen cozy, ein bisschen geisterhaft, fantasy-lastig und düster. Also es ist irgendwie ein richtig cooler Mix, um den Herbst einzuleiten. Und ich bin einfach total begeistert davon. Ich habe mir zwar eigentlich schon einen Lesestapel extra für den Herbst gemacht, aber natürlich gibt es trotzdem einen Want to Read. Also das kann ich mir ja nicht entgehen lassen. Ich gucke einfach, wie viel ich davon schaffe. Ich bin sehr motiviert. Ich habe richtig Bock. Ich habe auch immer noch welche von meinen Lieblingsautoren übrig, die ich bei meinem letzten Want to Read zusammengestellt hatte. Und ich denke, da werde ich auch immer mal eins einfließen lassen. Also im Moment ist es wirklich so, dass ich einfach lese, worauf ich Lust habe, was mich richtig anspricht. Und ich glaube, damit fahre ich ziemlich gut. Ja, Buddy Reads sind jetzt für diesen Monat zum Beispiel keine geplant. Und ich glaube, dabei würde ich es am liebsten auch erstmal belassen. Ja, also legen wir doch einfach mal direkt los. Habt ihr euch schon einen Lesestapel zusammengestellt? Wenn ja, was steht drauf? Worauf habt ihr besonders Bock? Und ja, vielleicht kennt ihr ja auch schon eins von meinen Büchern. Das erste Buch, das ich mir rausgesucht habe, ist ein Fantasy-Roman. Und ich finde, das Cover sieht schon so richtig herbstlich aus. Es ist der Auftakt einer, ich glaube, Trilogie. Ich bin mir nicht sicher, ob es davon noch mehr Bände gab. Auf Deutsch gab es jedenfalls nur drei. Ich hoffe, das war dann auch wirklich zu Ende. Und zwar habe ich mir ausgesucht von Nicole Peeler, Nachtstürme. Das ist der erste Teil der, glaube ich, Jane True-Reihe heißt das. Und hier steht schon drauf, Jane True, Nixe in Gefahr. Schon immer wusste Jane True in ihrem Innersten, dass sie nicht so ist wie die anderen in Rockable, einer beschaulichen Kleinstadt in Maine. In einer eisigen Winternacht wird ihre Ahnung dann zur Gewissheit. Denn bei einem nächtlichen Bad in den aufgepeitschten Wogen des Ozeans macht Jane eine Entdeckung, die nur einen Schluss zulässt. In ihren Adern fließt nur zur Hälfte menschliches Blut. Sexy, witzig und charmant, der neue magische Bestseller aus den USA. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das jetzt düsterer aussieht, als es sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage mit so einem Comic-Cover verlegt werden würde. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwie cozy ist. Ich meine, so eine Kleinstadt in Maine, das ist oftmals echt niedlich beschrieben, ja. Und Nixe in Gefahr. Also ja, ich nehme mir mal stark an, dass sie eine Meerjungfrau sein wird. Oder eine Sirene, irgendwie sowas. Ich glaube aber auch, dass es irgendwie so einen Krimi-Aspekt hat. Also ich bilde mir irgendwie ein, dass ich mal einen anderen Klappentext gelesen habe. Und dass es dann da irgendwie, ja, in so eine cozy-Crime-Richtung vielleicht geht. Ich finde es halt cool, dass die Stadt Rockabill heißt. Vielleicht gibt es da noch irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie so 50er, 60er Jahre Feeling. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe richtig Bock drauf. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich an dieses Buch geraten bin. Ich glaube tatsächlich, ich habe mir mal den zweiten oder dritten Band aus Mängel-Exemplarkiste gegriffen und musste die anderen dann noch dazu holen. Das ist aber auch schon wieder Jahre her, dass ich diese Trilogie vervollständigt habe. Und ich weiß nämlich noch, dass ich den einen Band, ich weiß nicht welcher das war, super schwer bekommen habe. Also, ich habe Bock. Ich habe Bock. Ich glaube, das wird cool. Dann noch etwas, was Richtung Fantasy geht. Ein Buch, das gerade erst bei mir eingezogen ist. Das heißt, ihr werdet es in meinen Neuerscheinungen nochmal sehen. Und zwar Over My Dead Body von Matt Evans. Miriam Price wurde ermordet und jetzt ist sie stinksauer. Das ist irgendwann, glaube ich, dieses Jahr erschienen und ich habe das durch Zufall, glaube ich mal, bei Tauschticket oder so entdeckt. Oder bei Audible wurde es mir angezeigt. Ich weiß es nicht mehr. Und ich hatte das in den Neuerscheinungen halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, da wusste ich, ich muss das irgendwann mal lesen. Also es stand jetzt nicht super krass auf meiner Prioritätenliste. Aber als ich es dann bei Tauschticket gesehen habe, musste ich mir das einfach ertauschen, weil es klingt super lustig. Dr. Miriam Price kann ihr Pech nicht fassen. Als die unwirsche Ärztin aufwacht, stellt sie zu ihrem Entsetzen fest, dass sie nicht mehr lebt. Und irrtümlicherweise scheinen alle davon überzeugt zu sein, Miriam hätte sich umgebracht. Dabei weiß sie ganz genau, dass sie ermordet wurde. Nur von wem? Kandidaten gebe es nämlich genug. Wenn sie sich nicht ein halbes Jahrhundert in der öden Vorhölle langweilen will, muss Miriam irgendwie beweisen, dass sie getötet wurde. Gar nicht so einfach, wenn man ein Geist ist und obendrein kaum Zeit dafür bekommt. Ausgerechnet Miriams betagte Nachbarin Winnie, mit der sie eine leidenschaftliche Feindschaft pflegt, ist die einzige, die ihr helfen kann. Der Guardian schreibt, urkomisch. Ja, ich hoffe, dass das wirklich so lustig ist. Ich finde, es klingt total lustig. So Geistergeschichten, ich finde, das passt gut in den Herbst. Auch wenn es lustig ist, ist es irgendwie herbstlich cool. Also es ist jetzt nichts, was ich im Sommer gelesen hätte. Da kann es dann jetzt auch langsam mit Laub und Stürmen und Gewitter und so losgehen. Ich bin voll dabei. Sagte sie und steuerte auf die kommende Woche mit 30 Grad zu. Ich freue mich ja schon sehr. Also ich bin schon voll im Herbstmodus. Jetzt muss es nur noch in der Natur ankommen. Dann ist ein Rezensionsexemplar bei mir eingezogen und auch das, es hat sogar einen herbstlichen Titel. Also das muss sofort weggelesen werden. Und zwar Meet Me in Autumn von Laurie Gilmore. Und ja, irgendwie die Autorin heißt Gilmore und ich verspreche mir auch irgendwie so ein bisschen leichte Gilmore Girls Feelings irgendwie hier bei diesem Buch. Ja, hier steht sogar Gilmore Girls But Make It Spicy. Als Genies Tante ihr das geliebte Pumpkin Spice Café in der Kleinstadt Dream Harbor schenkt, ergreift sie die Chance auf einen Neuanfang abseits ihres langweiligen Schreibtischjobs. Dort angekommen trifft sie auf den Farmer Logan, der nichts für den Klatsch und Tratsch der quirligen Kleinstadtbewohner übrig hat und lieber für sich bleibt. Doch Genies Ankunft bringt Logans Routinen durcheinander und er will nichts mit der irritierend unbekümmerten Frau zu tun haben. Auch wenn er sich auf unerklärliche Weise zu ihr hingezogen fühlt. Kann Genies fröhliche Einstellung den mürrischen, aber attraktiven Logan überzeugen oder hat das City Girl die einzige Person in der Stadt gefunden, die nicht ihrem Charme oder ihrem Pumpkin Spice Latte erliegt. Oh, ich finde das klingt so süß und das Buch sieht so hübsch aus. Also ich lasse mich ja inzwischen von nicht mehr so vielen Farbschnitten begeistern, aber das ist so niedlich. Das trifft halt voll meinen Geschmack. Und ja, also wir haben hier auch wieder so eine cozy Kleinstadt und irgendwie soll das ja spicy sein. Ich kann es mir jetzt beim Klappentext noch nicht so richtig vorstellen, aber wenn es dann doch ein Bumsbuch ist, gern. Dann möchte ich noch mit einer Reihe weitermachen. Ich glaube, das Buch hatte ich auch schon jetzt mehrmals in meinen Want to Read dabei. Ich werde es als Hörbuch hören, da bin ich jetzt fest entschlossen. Und zwar möchte ich weitermachen mit, ich glaube, das heißt Raven und Flight ermitteln diese Reihe von A.K. Turner, Wer mit den Toten spricht. Da habe ich vor Ewigkeiten mal mit dem ersten Band angefangen und es geht ja hier um diese Gerichtsmedizinerin Cassie Raven, die ich mir ein bisschen vorstelle, wie diese Abby von Navy CIS, war das das? Diese Gothic-Gerichtsmedizinerin? Ich glaube, die ist hier so ein bisschen an die angelehnt. Cassie Raven, Expertin der Gerichtsmedizin mit einer Vorliebe für Piercings und Tattoos, ist für gewöhnlich hart im Nehmen. Als ihre Großmutter ihr jedoch gesteht, sie über den Tod ihrer Eltern belogen zu haben, ist sie tief erschüttert. Es gab gar keinen tödlichen Autounfall, als sie noch klein war. Stattdessen wurde ihr Vater für den Mord an ihrer Mutter verurteilt und saß 17 Jahre lang im Gefängnis. Mithilfe von DS Flidia Flight stellt Cassie Recherchen an, die jedoch immer mehr Fragen aufwerfen. Dann taucht ihr Vater plötzlich auf und behauptet, unschuldig zu sein. Nur die Toten können die ganze erschütternde Wahrheit enthüllen. Ja, ich finde, das klingt irgendwie cool. Es ging im ersten Teil nicht ganz so tief, was Cassie angeht. Also man hat irgendwie erfahren, dass sie mal in einem besetzten Haus gewohnt hat und ja, mal so einen, ich sag mal, unsteteren Lebenswandel gelebt hat und so. Und mir war Cassie nicht nah genug im ersten Band. Das fand ich ein bisschen schade, weil halt die ganze Zeit auch darauf rumgeritten wird, dass sie ja so besonders ist mit ihren Gothic-Vorlieben und so. Und davon habe ich halt im ersten Band nicht so richtig was gemerkt. Also es ist so ein bisschen, als ob der Autor oder die Autorin, ich weiß gar nicht, was es ist. Eine Autorin. Als ob sie vielleicht nicht selber so Ahnung hätte von diesen Gothic-Sachen. Ich weiß nicht was. Sonst hätte man da mehr Tiefe mit reinbringen können, finde ich. Aber ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht gefällt mir der Band besser. Es klingt auf jeden Fall ganz cool, weil es ja um ihre Familie geht. Das nächste Buch, das ich lesen möchte, habe ich mir gekauft und so wild gar nicht so lange hier rumgammeln lassen. Und zwar Phantom. Geisterherz und Schattenblick von Melissa E. Lina. Auch wieder was mit Geistern. Und deswegen dachte ich mir, das könnte jetzt auch gut in den aufkeimenden Herbst passen. Geister zu sehen, war nicht bloß eine nette Macke. Es war etwas, das die Menschen entweder zutiefst verschreckte oder sie dazu brachte, sich über mich lustig zu machen. Beides keine attraktiven Aussichten. Als sogenannter Anker ist Zoe ein Magnet für Geister und Übersinnliches. Für sie ein guter Grund, sich nicht nur von den Toten, sondern auch von den Lebenden fernzuhalten. Sie hat jedoch nicht mit River gerechnet. Als er das Second Life, den Videospielladen, in dem Zoe arbeitet, betritt, bröckelt Zoes Schutzwall unter seiner unerschütterlichen guten Laune. Nach und nach schleicht er sich auch in ihr Herz. Doch kann sie riskieren, ihn in ihr Geheimnis einzuweihen. Und was für ein River selbst mit einem Mal eine viel zu große Rolle darin spielt. Ich habe ja so die Vermutung, dass der vielleicht auch ein Geist ist. Aber ich denke mal, man kann die ja eigentlich unterscheiden von den Lebenden, denke ich mal. Das hat aber auch einen sehr süßen Farbschnitt hier mit so kleinen Geistern drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Das ist auf jeden Fall sehr schnuckelig. Hier oben auch mit buntem Laub. Also auch sieht schon so herbstlich aus. Muss weggelesen werden. Dann ein Buch, das vielleicht gar nicht so ganz herbstlich ist, aber der Titel hat mich irgendwie dazu gebracht, das jetzt lesen zu wollen. Nämlich Bonfire. Sie gehörte nie dazu von Kristen Ritter. Bonfire, Lagerfeuer. Also das klingt irgendwie auch so herbstlich. Ich mag Kristen Ritter. Die kennt ihr vielleicht. Sie hat Jessica Jones gespielt. Die Serie habe ich tatsächlich nie gesehen. Wo ich sie sehr gerne mochte, war in The Bitch in Apartment 23 mit, ähm, wie heißt denn der? Der Typ aus Dawson's Creek zusammen. Das war eine super süße Comedy-Serie. Leider viel zu kurzlebig. Die haben sie, glaube ich, nach einer oder zwei Staffeln abgesetzt. Aber die hat mir sehr gut gefallen. Und ja, sie schreibt anscheinend auch. Die schrecklichen Ereignisse ihrer Jugend haben Abby Williams zehn Jahre lang verfolgt. Als Anwältin muss sie nun noch einmal in ihre Heimat zurückkehren, um in einem Umweltskandal zu ermitteln. Kaum hat Abby die Provinzstadt Indiana betreten, wird sie von der Clique empfangen, die sie damals tyrannisiert hat. Der Einfluss der drei Frauen scheint mit den Jahren noch größer geworden zu sein. Aber Abby lässt sich heute nicht mehr einschüchtern. Bald erkennt sie, dass das verstörende Ritual der Clique namens Das Spiel noch immer existiert. Laufen die Fäden tatsächlich in einem Netzwerk der Grausamkeit und Korruption zusammen und wird Abby ihre Angst überwinden, um dem perfiden Spiel ein Ende zu setzen? Okay, klingt böse. Also, ich finde es irgendwie aber auch so ein bisschen unglaubwürdig, dass da wohl drei Mädels waren, die ihr das Leben zur Hölle gemacht haben. Und ich nehme mal an, dass das dann so die Queens der Highschool waren und sie halt irgendwie da terrorisiert haben und dass die dann heute immer noch so das Sagen haben, weil ich weiß nicht, wenn ich so an die Leute zurückdenke, die damals so die Queens auf meiner Schule waren, die meisten von denen haben jetzt vier Kinder und sind schon geschieden und so ein Zeug. Also, ich weiß nicht. Aber naja. Ja, mal gucken, wie sich das wegliest. Ja, das sind die Bücher, die ich mir ausgesucht habe, um sie im September zu verschlingen. Ich hoffe, es wird ein sehr lesereicher Monat. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwelche Rituale für mich selber finden kann, wie ich wieder mehr zum Lesen komme. Es lief jetzt im August auf jeden Fall schon besser als in den Monaten davor, aber ich möchte gerne noch mehr, noch intensiver lesen. Und ja, einfach mal schauen, wie das so klappt. Ja, mehr habe ich dann heute auch gar nichts zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020